Herzlich willkommen zur Talk24 am 25. Mai. Die Gematik startet mit der Ausgabe der elektronischen Heilberufausweise für Pharmazieingenieure und Apothekerassistenten. Damit sollen auch diese beiden Berufsgruppen fit fürs E-Rezept gemacht werden. Den EHBA benötigen sie unter anderem, um Änderungen auf Rezepten vorzunehmen, die qualifiziert elektronisch signiert werden müssen. Der Pharmakonzern Bayer steigt beim Unternehmen Natsana ein. Der Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel vertreibt seine Produkte bislang im eigenen Webshop, über Amazon und in Drogeriemärkten. Bayer beteiligt sich mit 30%. Die aktuellen mRNA-Impfstoffe schützen nicht so gut vor der Omikron-Variante des Coronavirus wie noch vor dem Wildtyp-Virus oder der Beta- oder Delta-Variante. Die Hersteller Biontech und Moderna arbeiten daher an überarbeiteten Impfstoffen. Diese werden voraussichtlich im Herbst zur Verfügung stehen. Ebenfalls kurz vor der Zulassung steht der erste echte Totimpfstoff des französischen Herstellers Valneva. Die Hager Apotheke in Ostfriesland ist eigentlich schon seit mehreren Jahren geschlossen. Als der ehemalige Inhaber jetzt zum Aufräumen vor Ort war, ist ihm ein Gefäß mit Kaliumzyaniz zerbrochen. Das hatte eine Straßensperrung und einen Großeinsatz zufolge. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Freitag wieder. Vielen Dank.